Wir haben den Smart Button Tab To entwickelt und der funktioniert mit einem Fingerprint Sensor. Das heißt, ich kann meine Hand in eine menschliche Fernbedienung verwandeln. Und zwar kann ich meinen einzelnen Fingergliedern verschiedene Funktionen hinzufügen. Das geht mit dieser App und der Fingerprint Sensor wird immer erkennen, mit welchem Teil meiner Hand ich ihn berühre. Also ist das hier zum Beispiel mein Musikfinger, das hier mein Smart Home Finger und mit den verschiedenen Teilen der Hand kann ich jetzt die Lichtfarben verändern. Mit dem hier eine andere Farbe und mit meinem dritten Fingerglied nochmal eine andere Farbe. Das kann ich jetzt für verschiedene Smart Home Anwendungen zu Hause benutzen und den Button irgendwo hinkleben. Oder ich kann das mit diesem Wristband tragen und zum Beispiel mein Musikplayer beim Sport steuern oder mein Navigationsgerät beim Autofahren und so weiter. Unseren Button wird es auf Kickstarter geben und zwar ab dem 28. März. Dort ist er für ab 99 Euro verfügbar. Dazu gibt es das Wristband. Und genau, wir freuen uns auf Unterstützer. Alle anderen Infos gibt es auf taptoe.io.